So Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Doom. Ich hoffe, dass ich es noch drauf habe. Ey, gut. Wo haben wir denn die Schrotflinte? War die nicht hier auf 2? 3? Ja. Ich gucke mal kurz, wann ich angefangen habe mit aufnehmen. Ja, sagen wir mal. Ja, gut, alles klar. Ja. 10 vor. Okay. Hier ist nichts. Gibt es hier noch irgendwelche Secrets? Aha. Ich wusste es doch. Ey. Ich glaube, das schwarze Ding war nicht gut, oder? Ja, scheiße. Wo? Und jetzt? Ey. Ah, das ist... Ah, ho, ha, ho, 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 ha, ha, ha. Ich will hier unten rein. Ich glaube, die schwarzen Dinger waren nicht gut, oder? Ja. Aber es hat mir, glaube ich, schon Leben gegeben, oder? Ach, ist doch egal. So. Aus dem Weg. Okay, wir gucken mal kurz auf die Map, wo ging das Tap? Das glaube ich, genau. Ja, wir haben sie fast schon komplett erforscht. Hier gibt es nicht so viel. Wir müssen auf jeden Fall eine rote Keycard finden. Wow. Ah, da haben wir die rote Keycard. Oh, ach nee. Och nee. Och nee. Och nee. Weg. Und du auch. Ey. Meine Güte. Noch mehr. Und wie geht's euch so? Tür auf und... Oh. Mann. Ihr merkt schon, ich bin hier wieder der richtige Shooter Pro. Ich mach mal kurz Save. Ist da schon der Ausgang, da? Oh. Wie komm ich da hoch? Ah. Och nee. Und da unten will ich jetzt auch... Obwohl, warte, wir speichern noch mal kurz. Na, guck mal mal hier. Dann guck ich mal hier. Oh, Unsichtbarkeit. Oh. Nee, ich glaube, das hat sich nicht gelohnt für uns. Ich guck nochmal in die andere Richtung. Na gut. Dann machen wir mal Load. Und... Würde ich sagen, wir gehen mal weiter. Teleporter, Teleporter mit Grafikfehlern, wie es aussieht. Oh, geil. Wo? Nein, nicht geil. Uhuhu. Und so einer auch noch. Wo sind die Minigun? Ah. Wie schluckt der denn eigentlich immer? Gut, äh, dann... Andere Richtung. Können wir eigentlich durch? Anscheinend nicht. Teleporter. Muni. Und... Da kommen wieder Viecher raus. Ich hab's mir schon gedacht. Ah, noch einer von denen. Gut, die haben auch sauber weggekriegt. Irgendwie macht mir Doom grad wieder Spaß. Junge, Junge. Ich muss auch sagen, bei Doom hab ich irgendwie ein bisschen... Ah, mehr Spaß als bei, äh... Duke Nukem Forever. Okay. Ich glaube, wir betreten gleich den letzten Level. Ich speichere mal. Ich hab irgendwie den Song vermisst. 100% Secrets. Wir sind einfach die Besten. Time taken. 5 Minuten. Joa. They will repent. Und ich glaube... This is the last level. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön hier aus. Explosions. Oh. Aua. Wir sind... Ich bin schlau. Oh nein, ich muss niesen, glaube ich. Ach, bitte nicht. Ich verknall's mir so lange, bis es, äh... nicht mehr geht. Gibt's hier irgendwelche Seagrits an dem Ding? Das hört sich so nach Gegner an hier. Oh, oh, oh. Okay, Blut macht Schaden. Mein Stuhl ist halt so niedrig. Ja, Leute, ich bin hier... Ich werde hier fertig gemacht von meinem... von meinem ganzen Aufnahmesetting hier. Kommen wir irgendwie jetzt mal an allen Gegner vorbei, die wir besiegt haben, so? An alle Gegnerarten? Weil die Totenköpfe, die hatten wir, glaube ich, auch schon länger nicht mehr, ne? Und diese, die, die schwachen Gegner, die wir eben besiegt haben, die meistens die Schrotwenden dabei hatten. Die hier da unten. Die kennen wir ja noch gut hier, die... Die Kreaturen. So, oh. Ich weiß nicht, als Retro, ähm... Bringt ja jetzt nur noch eine Folge sonntags. Wenn überhaupt. Ich entschuldige mich dafür, aber... Leute, ich hab auch noch... Ich brauch noch Freizeit. Ich verdiene ja kein Geld mit. Äh... Und ich komm in der Woche... Sagen wir mal... Zwei Tage zum Aufnehmen maximal. Also so... Was weiß ich... Vier Stunden? Fünf Stunden? Weiß ich nicht. Schätzungsweise. Inzwischen ist es echt so, wenn ich zocke, dann zocke ich meistens mit Freunden. Daisy zum Beispiel. Deswegen komm ich nicht mehr so gut zum Aufnehmen. Guck mal, wenn ihr die Folge seht, äh... Gießt, wenn ihr die Folge seht. Also mein Deutsch, ne? Aber wer hat schon mal behauptet, dass das gut sei? Beim Aufnehmen. Oh, 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 oh. Ach, gut. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich nochmal an allen Endgegnern vorbei und so weiter. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Oh, nein, nicht Load, nicht Load. Nein, nein, nein. So. Ist das ein Marine? Weiß nicht. Rote Keycard. Kommen wir die in der Richtung hier? Ey. Ey, nein. Ach, gut. Ach, ne, vielleicht noch mehr, Freunde. Oder gegenüber auch noch welche. Nein. Nein. Ich finde es schön, dass man bei Doom den ganzen Angriffen gut ausweichen kann. Mal, wo kriegen wir jetzt die rote Keycard hier? Oh, nein. Und zwar ist es nicht gut. Ah, sauber. Wo geht's hier hin? Ah, ne, das ist ja schon, äh, ja. Ne, doch nicht, doch nicht. Gut, dann gucken wir mal, was, äh, was es hier gibt. Auf und davon. Können wir nicht auch von hier? Ja, ich glaube schon. Oder von da, ich weiß nicht. Ich glaube von der anderen Richtung. Oh, da ist die Keycard. Ich kann sie sehen. Oh. So. Komm. Jawohl. Und nach oben. Uh, ist hier noch einer? Das ist mal eine rote Keycard. Das läuft ja bei uns. Und, ich würde mal sagen, safe. Äh, ich habe doch schon gedacht, ich will jetzt die Folge beenden oder was? Ist doch noch Zeit. Nein, ich mache das Level noch fertig. Oder vielleicht spiele ich das Spiel jetzt auch noch durch. Sollte das wirklich das letzte Level sein, dann mache ich jetzt mal einfach eine lange Folge noch draußen. Ach, nee. Och, fahr runter. Runter. Junge. Ach, dieser, dieser Huren so. Nein. So weiter würde ich doch nie nehmen. Ach, oh, okay. Och, Mann. Meine Güte, mein Helf sieht nicht mehr so geil aus. Und dann muss ich auch noch da runter. Uh, 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 oh, geil. So, jetzt brauche ich Helf. Noch, blaue Keycard. Och, geil. Der Soundtrack ist, äh... Wobei ich den Soundtrack von Doom eigentlich mag. Der bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis. Ah, blaue Keycard direkt auch noch. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Und Leben. Ah, hier sind wir. Bitte nochmal nach oben. Dankeschön. Lass mich doch in Ruhe. Die beiden auch. Noch nochmal den Anzug an. Das heißt, eigentlich dürfte nichts passieren. Oh, oh. Kommen wir von hier? Nee, aber hier waren wir auch schon mal. Oh, oh. Mein Helf sieht nicht gut aus. Ich gehe mal weiter. Wo war die blaue Tür, die wir noch, äh, aufmachen mussten. Eine rote. Ach, okay. Ich glaube, die blaue war hier gegenüber, ne? Ja. Oh, oh. Der Kopf macht mich auch ein bisschen... Nein. Oh, oh, oh. Drei Helf ist übrigens nicht gut, wollte ich nur erwähnen. Waren wir gespeichert? Bisher nur die rote, okay. Naja. Egal, die blaue kriegen wir ja schnell. Reiche. Dämonen. Auch diese Köpfe, ne? Mir reicht's. Mit denen hier. Weg. Und jetzt. Schnell. Anzug. Kinger anschießen. Geh durch. Jetzt wieder oben weg snacken. Blaue Tür. Und die blaue Kieker war doch hier drüben, ne? Die war doch direkt hier um die Ecke. Sozusagen. Genau. Bitte nach oben. Und dann machen wir nochmal ein Save. Kackvieh. Was gibt's denn da unten eigentlich? Sieht auch irgendwie interessanter aus. Ich mache nochmal ein Save. Ah, hier kommen wir auch in die Richtung. Kommen wir da drüber? Ja. Die Lerf ist auch immer noch eine der geilsten. Und so hätte man die blaue Tür auch umgehen können, ne? Merke ich gerade. Ja, komm. Nein, halt, stopp. Ach. Leben. Oh. Leben sieht's auch nicht gut aus, wollte ich nur sagen. Gibt's hier unten in der Rinne irgendwas? Was ist das denn da für ein Gerät? Ist das ein Selbstzerstörungs-Dings? Du hast die blaue Tür aufgenommen. Safe. Äh. Okay. Was soll das? Ich meine, ich hätte gerne mal drauf geguckt, aber naja Yo Yo against Wickedly Na gut, das machen wir bei der nächsten Folge, würde ich sagen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Haut rein, Leute und tschüss Hau rein und tschüss Okay, hau rein und tschüss Haut rein und tschüss